ja liebe leute damit ein herzliches willkommen zurück zu let's play uncharted wir sehen mal auf unserem nathan in der wüste er sucht immer noch sally die frage ist wo steckt er und wie gesagt finden wir ihn wieder heile oder nicht naja dies ist die frage halt nur dieser rote felsen bietet schatten in den schatten unter dem roten felsen und ich zeige dir etwas anderes als den schatten der dir des morgens folgt oder der sich abends erhebt um dich zu begrüßen ich zeige dir furcht in einer handvoll staub ja 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 Wir zur Hölle. Sully? Sully! Ich habe dich umgezogen. Ich habe dich umgezogen und da bin ich schon hier. Sully? 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 Ja, irgendwie spielt das jetzt alles einen Streich. Ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Sally! 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 Entschuldigung, ich musste gerade kurz der Ani zurückschreiben. Weil wir heute eigentlich noch so Division machen wollten. Das heißt, werden wir auf jeden Fall nachher noch machen. Übrigens, falls ich letzt... Das ist... Hä? Oh, das ist... Könnte! Oh Gott, das könnte vielleicht sogar die Rettung sein. Vielleicht befindet sich Sally dort. Das wäre zumindest mal wieder ein Anhaltspunkt. Das wäre zumindest wieder ein wichtiger Anhaltspunkt. Das sieht aber ziemlich echt aus. Weil das eben hat ja auch nicht geflimmert. Und ja... Ich weiß nicht, dass ich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Çünkü mitzisch? Wir sind jetzt etwas vom Fluss. Und ja... Ich glaube, ich muss gerade was gucken. Ja, zumindest ist es die Stadt echt. Das ist das Wichtigste erstmal. Nur ist das wirklich eine Geisterstadt? Das ist halt die große Frage, ne? Nur umgang oder so? Vielleicht, das wäre eine Idee. Eieieieieiei. Im guten Nate bleibt heute tatsächlich gar nichts erspart. So, dann stirbt er nicht. Also scheint der Weg richtig zu sein. Etwas Wasser. Ja, so eine Kacke. So eine Kacke. Nein, dann müssen wir es wieder hoch. Verdammt. Ja. Na, Nate, komm. Geh da durch. Ah, Dicker. Okay. Äh, dann... ...kommt sich da jetzt so ein Problem hoch. Warte mal, ich wollte mich da durchzwängen jetzt. Aber schau mal. Können wir da hochklettern? Ja. Wo ist das, was letztlich ist, gegen... Das wäre super. Das wäre so super. Und bitte, bitte keine Feinde. Aber es ist teilweise zu ruhig für Uncharted. Das ist gerade... Läuft gerade so ein bisschen ohne Zwischenfälle. Äh, äh... Aber... Das kann sich immer so... Ich und meine große Klappe. Genau das meine ich. So, deine Waffe brauche ich dir, Kollege. Ah, nehmen wir mal die Waffe mit. So, warte mal. Ei, 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 ei. Ach, du bist das, Kollege. Geh mal weg da. Guck, guck. Hätte ich mal die Fresse gehalten. Da, kaputt. Der ist immer noch da. Der lebt immer noch, der Kollege. Immer noch. Komm. Komm hoch wieder. Jetzt. Wer hat die Pistole? Oh, der hat noch einer. Da unten ist noch einer drin. Okay. Da ist noch einer. Das wäre hinter so einer. Ah, ich muss jetzt gerade ein bisschen nur... So, ich muss jetzt so mitnehmen. So. Ich hasse es, wenn man mich einfach... Wenn man mich so sinnlos einfach anballert. Oh, ich muss weg. Weil die eine geht nämlich jetzt auch hoch. War gar nicht mehr so eine dumme Idee eigentlich, dass ich... Munition. Ich weiß nicht, ob der eine tot ist noch. Oder ob der noch lebt. Komm her. So. Die hat sie, glaube ich, auch mitgenommen. So, ich brauche Waffen. So, ich brauche dringend wieder mehr Waffen. Para. Rafika. Ich nehme die Para, wenn ich ehrlich bin, weil dann habe ich mich... Das wird langsam lächerlich. So. Okay. Ich orientiere mich gerade so ein bisschen. Aber dann scheinen die noch mehr Gegner so rum zu haben irgendwo, oder was? Nö. Scheinbar ist hier gerade Ruhe. Noch. Ei, 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 ei. Was ist der denn? Du brauchst an deine Kinderplanung überhaupt nicht mehr zu denken. Ja. Ja, das war gerade schön. Die steht vom Arsch weggezogen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ne, da komme ich nicht hoch, ne? Die Frage ist, wie komme ich da... Ich muss ja hier irgendwie wieder raus. Irgendwie müssen wir hier wieder raus. Ne. Wäre eine blöde Idee jetzt. Ohne sich ja die Munition an dem Ding jetzt... So verballern... Macht ja wenigstens gerade Sinn. Ich meine, da oben bestimmt ist, dass es da rausgeht. Aber die Frage ist, komme ich da jetzt ohne Probleme ran? Nein, Schatz. Nein, Schatz. Nein, Schatz. Wieder so ein Ring. Nein, Schatz. Wir sind hier mal, das war nicht der... Das war nicht der... War ein Versuch wert? Einfach mal ein Versuch wert? Ja, ja. Klar. Hey. Ich hasse das immer noch nicht, wieso steht... Von da oben. Aber danke, dass du mir gerade den richtigen Weg weißt, Kollege. So. Danke, dass du mir gerade den richtigen... Ei, 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 ei. Und da oben sind Scharfschütze. Naja, der ist gleich nicht mehr. Die Waffe nimmt nämlich mit. Hallo, Freunde. Willkommen. In einem Live-Lock, der zu Uncharted. Ja, super, ne? Du gehst mal kurz baden, Kollege. Hör mal. Ich lege mich auch mit zwei Leuten an. Komm her. Halt, halt, halt. Guck, guck. Hör mal. So, jetzt ist der Kollege weg. So, wo bist du jetzt, Kollege? Nein! Das war ja nicht übrigens die Absicht. Ich wollte da nicht runterspringen. Scheiße. Ah, verdammt. Oh, vielleicht sieht ich aber gar nicht mehr so schlecht. So, jetzt hoffe ich kommt der Kollege mit runter, dann kannst du nämlich auch da gehen. Ich brauche mal ein M9 wieder. Ich muss mich kalt orientieren. Nein, geh zurück. Ich brauche gerade einen Moment Luft. Sorry. Ich muss mich gerade komplett wieder... Äh... Mal regeln. Ich brauche gerne. Oh, ja, ja, ja. hau ab mit dem scheiß schroth mit der scheiß schroth fände die ganze ich kann mich nicht regeneriert ist eine kette sorry ich muss mich gerade komplett ja ja die Der ist wieder im Schiff. So. So, der ist tot. Das war also der letzte Granate, die er da geworfen hat. Zack. Ich wollte eben 9 wieder. Da ist noch einer. So. Der war mal. Gott sei Dank, liebe Leute. Gott sei Dank. Jetzt packt er die Waffe kurz. Und dann haben wir jetzt keine Ahnung. Haben wir zumindest ein bisschen Luft. Ich pack den immer mit. Da ist noch ein bisschen. Ich bleib bei der. Ich bleib bei der Rafika-Pistole. So, die Munition nehmen wir auch mit. Ich will gesagt, ich... Bisschen orientieren gerade. Moment, war da noch was? War da noch was? Gerade so ein bisschen... Naja, ist keine Munition mehr. Das war definitiv alles andere als leicht. Gut. Weiter geht die Reise. Guck mal auf die Uhr. Oh, oh, oh. Wir sind gerade wieder... Wir sind schon wieder am Folgenende, würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei... Von Shuttle 3. Und dann muss ich Nate hier weiter durch diese eigentlich vermeintliche Geisterstadt kämpfen. Bis dann und tschüss.